So, das ist Buket 1. Die Bildstörungen liegen eben am schlechten Empfang. Er muss sich heute noch gegen die Quede durchsetzen. Dieses Buket muss sich heute noch gegen die Quede durchsetzen. Daher diese Verpixelung. You know what I was thinking about you today. Yeah, sure, Tim, so bien. Nur dieses... Flackern beim Umschalten wurde nicht behoben. Bei MPEG-4 und der DVB-T. Aber immerhin... Das Problem... ...mit dem Bildformat. Ja, die Effekte sind jetzt hier durch den schlechten Empfang bedingt. Denkt wir endlich. Ja.